Mann, willst du auch gemütlich haben? Naja, das rechte war eh ich. Guck man so sagen. Grenzi, brenzi. Hier sind nur Scheißwaffen. So geil, wenn der einen Bogen early erwischt hat. Ach, hier bin ich vorhin gestorben. Warst du Snideshade? Ja, ja, das war ich. Ich konnte mich grad noch retten. Wie kommt man lebend von diesem Dach wieder runter? Spring! PhD kann man kaufen. Das ist doch lebend. Ja, PhD. Jetzt ist es zu spät. Spring einfach. Early. Nein, was ist? Mach mal die Garage auf. Kommt man dann nicht wieder raus von alleine? Doch, mit E. Nein, du kommst da nicht mehr raus. Natürlich. Ich war doch gerade schon drinnen gewesen. Dann ist jemand vorbei. Hier hat einer getrunken. Nein, Detective. Hat ein Detective getrunken? Nein. Ich weiß nicht. Weil Julia nein sagt, sie ist Detective. Ja, ich bin auch Detective. Ja, er ist auch Detective. Hallo Nancy. Early liebste. Wir sind auf dem Dach. Shigo hatte hier Kokain im Büro genommen. Entschuldigung. Habe ich jetzt Early umgebracht? Kokain. Boah, Volli, hallo. Nancy, pang! Tot! Ich glaube Nitrate hat Stamina getrunken. Er rennt schneller als die anderen. Ich war gerade im Traitor-Menü, Anne, sorry. Alles klar, kein Ding. Das ist hier echt so wie bei GTA. Ich mich kratzen. Warum hast du Schaden? Pew Early. Weil ich runtergefallen bin. Oh, Shigo. Pew, tot. Wann ich das nicht so? Ja, 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 ja. Grenze wegt sich nur. Oh, Grenze, ich dachte du hast ne Taube in der Hand. Nancy, du hast ne Schotgang. Ich hab nur ne Pistole. Ja, und? Wollen wir den da schubsen, den Horchi? Horchi schubsen jetzt? Das finde ich lustig. Grenze, das machst du. Ich wollte nicht schubsen. Horchi schubsen ist angesagt. Nein! Oh, da, du schubsst mich. Schubs, schubs. Wo bist du hin? Early, komm da. Horchi, du Idiot. Ich hab ihn nicht geschubbt. Horchi, du bist... Hast du ihn jetzt runtergeschubst? Nein, Shigo kam ich eher so. Und Dalu schubs mich und rennt zum Rand. Einer von den beiden hatte mich gerade getötet. Also Shigo oder Dalu, einer von beiden hat ihn geschubst. Nein, Shigo hat es gesehen, dass ich nichts gemacht hab. Shigo, deine Aussage. Denk dran, Shigos Aussage. Ich hab ihn wirklich nicht... Wenn nächste Runde anfängt, kann Horchi sagen, dass ich nichts gemacht hab. Einer von den da oben ist auf jeden Fall ein Traitor bei. Der hätte mich gerade gekillt, hätte ich nicht ein Pi als Spielflopper gehabt. Du bist eh gesprungen, Junge. BAM! Das war doch wohl Nils jetzt mit dem BAM Junge. Ja. Ey, was ist... Ich will nur nochmal sagen... Hast du da gerade eine heilige Martyrian? Natürlich, heilige Martyrian. Die heilige Martyrian. Beleb ihn wieder, dann sehen wir es. Dann kann er das in die Wand schreiben, dass ich unschuldig bin. Nancy... Komm! Du dir den hier wieder überleben! Kann nicht! Kann nicht! Was machst du da? Was machst du mit dir? Nein, nein, nein. Komm, wir hängen die bitte hier auf. Ein in die... Oh Horchi, dreh dich doch mal richtig rum. Ey! Hier wird geschossen. Ja, weil die Waffe nicht sichtbar war. Au! Au! Guck mal, wie er sich da rumschlängelt, ey! MC! Was denn? Darf auf mich zu zielen! Ich zieh nicht auf dich, ich kann auch nicht zielen. Na, Julian? Oh, ihr hängt da alle so lustlos rum. Guru! Guru, 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 guru! Ey, wer zielt da auf mich? War Nils jetzt frei zum Abschluss da, du? Nils, also BAM Junge, war für mich eindeutig. Ich hab doch nur die Explosion gehört, ey. Gehört oder angeschönlich? Ja, der wäre echt so blöd und würde als Traitor Leute umbringen und dann schreiben BAM Junge. Wer macht denn sowas? Willst du mich verarschen? Dalu ist es! Dalu ist es! Er hat den Dead Ringer, ey! Hier, ey, Guru ist es auch, okay! Guru habe ich, toll jetzt. Und jetzt kann Dalu mich einfach... Mikrofon muted. Julia, schießt er auf mich. Ist das Julia oder ist das Grants? Wo bist du jetzt? Oh, was ist das hier schönes? Nightshade! Weiß doch, dass der noch lebt. Riecht mit dem Kopf an der Wand. Ja, stimmt. So! Oh! Da holt er die Silent neben mir raus. Ich höre nur so kling, kling. Warum schubst du mich denn da, Lalu? Wie mit den Stimmen komm ich teilweise, ey. Wie viele Leute sind da auf dem Dach gestorben? Boah, ich hab nichts gemacht. Ich weiß. Hat doch keiner was gemacht. Ich hab die nicht geschubst. Er war untergesprungen. Ich hoffe, es sind ganz viele Leute auf dem Dach gestorben. Du hast mir Angst gemacht. Ja. Ja. Wieso hast du mich draußen nicht gekillt? Ich wollte mit dir die Leichen aufhängen. Du warst eigentlich der Letzte mit Julia. Alle Traitor waren ja noch am nächsten. Achso. Du wolltest erst Julia erschießen mit der Silenced einfach. Oh Gott. Das war doch. Und dann kommt er da um die Ecke. Wieso sagst du jetzt? Ja, aber vor allem dann auf einmal eröffnet Goro auch noch das Feuer, ey. Das war ich ja nicht. Wer war es dann? Das war nicht jetzt. Achso, er war... Oh! Der schießt ihn jetzt nochmal auf. Bäm, Junge, lag ich nur. Bäm, Junge. Bäm, Junge. Ich dachte aber echt, das ist Nils. War er doch. Er war so verkleidet. War ich auch. Ich hab halt vier Leute mit der Finger geschossen. Ah, okay. Ich dachte wirklich, jetzt wäre Goro gewesen. Er musste einfach mal das. Bäm, Junge. Deswegen hat er so gut geschossen. Bäm, Junge. Warte, okay. Das war natürlich aufsicht. Jetzt wird's persönlich, Krabs. Wer war das? Krabs hat eine Plasma in den Raum zu Judah und zu Nancy geschossen. Anne, frei zum Abschluss. Hier ist schlechter Detective. Wer ist da oben? Detective! Nils, Nancy ist hier. Was ist los, Julia? Hä? They need heal. Wer hat dich gehauen? Ich weiß es nicht, wer hat mich geschossen. Darf ich Julia hauen? Ohne Beweis kann ich hier nichts machen, leider. Nein! Go! Du musst erst 48 Stunden vermisst sein. Ich will Julia hauen. Wo ist sie? Komm her. Wir treffen uns an unserem Lieblingsort. Wenn du mich hauen willst, ich hau zurück. Go? There she goes. Wo bist du? Ich bin schon lange da. Du bist nicht da. Das bin ich. Hallo, Early. Wer ist ich? Wieso? Strands. Julia? Early, komm mal her. Du wirst mich niemals finden, Julia. Ich bin unsichtbar. Steh mal hier und spring einfach nur hoch. Auf dem Fleck immer. Bombe! Einfach nur springen. Bombe im Keller! Er ist hier! Da ist Krabs. Wo sind? Oben? Unten? Oben? Oben? Unten? Oben? Ganz oben! Ganz oben! Ich hab ihn! Wer ist hier? Ah! Ich bin Horchi! Ok. Goro ist tot und Early habe ich leider auch gekillt aus Versehen. Scheiße. Hä? Bist du Traitor? Ah! Krabs! Äh! Headcrabs! Ah! Nein! K� equivalent! Ich habe ein Headcrabsacksschluss gefunden. Aber der ist leer. 时 literacy. Höhö, Krabs ist es... Nancy ist auch schon tot. Wer hat vedere da noch ich ihn gekillte an? Äh, Goro! Goro ist unten auf dem Dach, der ist tot. Da ist Krabs. diehey. Diehey. Higher! Headcrap! Oh! Headcrap! Headcrap! Mach's kaputt! Mach's kaputt! Hab's... Okay. Ich habe ein Hühnchen und es schreit. Das ist wütend, wütend das Hühnchen. Oh, Nils wurde direkt vom Headcrap Launcher erwischt. Ist tot, das Ding. Ja, das ist ein Hühnchen. Ja, ja. Oh, da ist ja noch so viel. So. Ey, wer hat hier gerade die Silent Gap von euch beiden? Ich. Ich nicht. Was, du hast einen Silence? Ja. Lügst du, oder hast du... Hast du echt eine Silence? Farscht du mich jetzt? Warum farscht du mich? Hast du echt eine Silence? Hast du echt eine Silence? Nein, habe ich nicht. Hast du dann? Wo ist er denn? Hallo? Grenz? Woah! Headcrap. Ja, ich warte jetzt hier einfach mal, bis mich irgendjemand befreit. Okay. Wo bist du denn? Ich schieße, wenn jemand aufmacht, ne? Bist du schon. Ich hörte, das Hühnchen ist nervvoll. Ich hörte, das Hühnchen ist nervvoll. Warten, bis sich jemand befreit und dann einfach drauf schießen? Ja, richtig. Das ist eine gute Taktik eigentlich. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Das Hühn ist geil. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Also sind es... Wer ist es denn noch? Sorry. Dreisheit und Horchi sind das alles. Nee. Ich und... Es müssen aber noch zwei Traitor sein. Julia versteckt sich die ganze Zeit. Julia ist tot, aber ich bin alleine. Hä? Bin wirklich alleine. Versteh ich grad nicht. Wir haben drei Traitor immer. Meinen Kollegen hab ich grad umgebracht. Willst du ihn wiederbeleben? Nö, der mocht dich nicht so. Warum machst du sowas? Weil der versucht hat, auf mich zu schießen. Du ein Popo, Mann. Au! Ist auch ungefähr von dir. Ein Treffer hätte gefehlt. Ja. Zwei Leben. Schönes Ding, ey. Von Horchi am letzten Zug. Letzte Runde. Flieg, Horchi, flieg. Vor allem. Julia so, hallo. Da ist er auch tot. Keiner hat überlegt. Ich kriegst du noch zurück von mir. Ich hab den Good Gaming gemacht. Und das ganz von Knüppel hart. Was hast du gemacht? Irgendein Detective-Item kaufen und für Höhe runterfallen. Ja, genau. Anna hat einen Laser-Schwert. Jetzt nochmal Trader und dann geht's. Trader-Item. Wollten wir das Chicken ausprobieren. Aber irgendwie... Das war voll nervig. Ich hab's ja gehört. Hier bist du eigentlich gestorben, Goro. Ach so, durch Grenz, oder? Ja. Das ist da unten doch schon... Erst von Early und dann von Granz. Erst von Early und dann von Granz. Ich hab dich runtergeschossen. Ich hätte ruhig schon Waffe geben können. Du bist einfach gehauen. Einfach. Ich hab ja ne A... Was war das? Nein! Ach so, okay. Ach so, okay. Oh, unten Detective mit Assault. Kann ich mal jemand aus der blöden Garage rauslassen? Oh Gott. Team Ungewege. Team Ungewege. Team Ungewege. Sehr schön. Das kann ja was werden. Kann mich mal jemand aus der Garage unten rauslassen, bitte? Nein. Was haben sie bis jetzt entdeckt? Meine Baume war so geil unten. Julia hat zum Abschluss. Nein. Weil sie Pummel verhechten hat. Er hat den Schnieb. Nein, nein, nein. Shigo. Ja. Tschüss, Julia. Nein, die gute End. Sie will sie nicht. Ach cool, Trader. Shady. Was? Shady. Das ist mein Keller. Shady. Oh, Liebeskeller. Ich bin Shady. SM-Keller. Ich komme nicht mehr raus. Das ist schon, ja? Das ist okay. Ja. Du hast es Schotty. Es ist einmal in die Luft, wenn du Inno bist und zweimal ohne Trade. Schotty, Nightshade, Hilfe. In die Luft. Ja, warte. Lass mich nicht raus. Raus, raus, raus. Oh. Julia verarscht uns. Raus, raus. Oh. Raus, raus, raus. Nancy. Kannst du jetzt mal mit deinem Mädchenhaften Getue aufhören und rass, komm. Was, Julia? Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Nee, warte mal, das war Good Gaming. Wo bist du denn? Hey, Nancy, wie ein echter Mann. Los. Wieso? Hä? Ich bin hinter dir, Nancy. Hä? Jetzt. Hey, komm weg. Julia verfolgt mich. Wo müsst ihr ja schießen, Horki? Hey, hey, hey. Du zuerst. Warst du Sniper gerade oder was war das? Unsichtbar. Julia? Hat sich teleportiert. Julia hat sich teleportiert. Julia hat sich teleportiert. Julia hat sich teleportiert. Bin doch noch die. Julia hat Teleporter. Hä? Da, hallo schnell. Julia. Call Detective. Die hat einen Teleporter benutzt. Die ist weg. Julia. War das wirklich echt? Ich glaube ihm nicht. Julia hat sich teleportiert. Die steht doch da. Ah, da ist sie wieder. Horst teleportiert, Julia. Okay, ich nehme den nächsten Schuss, okay? Du hast es auch gesehen, Shady, oder? Hey, hey. Du bist dran. Du bist dran. Fuck you, Shady schießen auf mich ist definitiv ziemlich doof. So. Oh, das war dann ziemlich knapp. Ich bin dran. Das erfasst ein Hady. Du bist so dran. Du. Treffst du doch irgendwann? Dann nehmen wir den Schuss. Macht ihr den denn für'n Scheiß? Das wird's doch nix. Kann mich einer rauslassen aus der Garage? Bin ich Traitor. Ja. Das wär so witzig. Good Gaming schießt auf mich als Traitor. Good Gaming fall zum Abschluss. WTF, du hast doch gerade auf mich geschossen. Ich hab ne Teleportgun auf dich genutzt. Achso, ich weiß, Detective. Ich weiß, Scope. Ich hab das gar nicht gemerkt. Ja, aber Daniel ist doch auch Detective. Bist du der echte Dallocard? Ja. Und Good Gaming hat auf mich gesnipert. Warum? Darf ich Julia töten? Warum ist eigentlich Nancy jetzt tot? Ja, ich soll Julia töten. Der hat sich teleportiert. Call a detective zu Nancy. Sie wusste zu viel. Sie wusste zu viel. Ja, warte. Nancy und Grants. Wo? Hat Shady? Von der Silent Sniper erschossen worden. Ich dachte, sie ist einfach echt auf sie. Wer eskaliert denn gerade? Shady hat gerade wieder gekillt. Ja. Hier Sniper hat doch wieder einer. Sniperte in einem Nahkampf. Hast du gerade Grants Identität geklaut? Nein, ich schätze mal was. Also ich glaube, Anne und Good Gaming. Ich glaube auch Anne. Das war ein Versehen. Das war schon die ganze Zeit gezielt. Also bei Good Gaming bin ich mir sehr sicher. Und warst du mit Goro? Ich bin's nicht. Okay. Goro wollte doch... Dann ist Goro nicht. Nein, Goro ist es nicht. Er hat nein gesagt. Er hat nein gesagt. Auf jeden Fall sollte man ins Haus. Was? Warum hast du dich DNA gescannt eigentlich? Äh, hier liegt noch einer. Einen Sniper. Ach scheiße. Ihr seht doch wohl den, der hier im Nahkampf Snipert. Oh nein! Ja, der... Du meinst Anne? Irgendeiner von euch da draußen schießt aus einem Meter. Entfernung mit der Sniper. Und Tower! Nein! Das ist auf einem anderen Haus. Auf einem anderen Haus. Also Horchi wurde gerade angeschossen, er schießt sich ja nicht selber an, oder? Na, viel schlecht. Krieg ich auch noch reden, aber das ist eine andere Sache. So, einer von denen ist tot. Ich bin nicht tot. Nein, Shade ist tot. Der ist schon lange tot, ja. Ein Traitor ist tot. So, Early. Early Boy ist tot. Krieg ich den DNA-Scanner? Oh, Horchi. Hello. Early, du darfst aber leider nicht reden. Oh, Early lebt wieder. Detektiv Defi zählt nicht dafür. Oh, da ist Early. Hi, Early. Bist du der echte Early-LP? Darfst du ja nichts sagen. Das kann ich voll verarschen in Zeit. Was, wer wurde jetzt wiederbelebt und darf nicht Early? Early. Ich habe ein... Okay, das ist jetzt unglaubwürdig. Alleine, hast du getrunken? Nee. Ich habe keinen P-H-D-Flopper auf dem Boden gefunden und habe nicht getrunken. Nein, nein. Nee, aber ernsthaft, der Lacken... Geht das überhaupt? Ja, wenn du abgeschossen wirst in dem Moment, in dem du ihn trinken willst. Hast du gar getrunken Early? Sag mal was. Nein, das war nicht Early. Das war der Traitor, den ich erschrocken habe. Ich hatte echt einen P-H-D-Flopper. Ihr habt nicht zufällig Heilung, oder? Nee, ich habe einen P-H-D-Flopper, wenn du ihn haben willst. Ja, hast du gerade getrunken. Ja. Soll ich mich wieder ausreinern? Ich glaube, wir leben. Da unten snipert auf jeden Fall wieder einer. Ja. Warte mal, warte mal. War Shigo schon tot? Nein. Anne ist es, oder? Äh, ich wurde ge... Ah, Dalu! Hä, was? Doch Dalu? Ey, Dalu ist doch echt. Nein, Dalu habe ich mich teleportiert. Anne, du bist es auf jeden Fall. Ja, ich bin es auf jeden Fall. Ja, diese blöden Fragen, die machst du nur, wenn du Traitor bist. Du kriegst das hier doch alles mit. Natürlich. Du kriegst du auch nicht mit. Wenn Heuch jetzt verrückt sich umschreit und bist Dalu, dann muss ich erst mal gucken, ob du wirklich Detective bist. Zum dritten Mal, oder was? Wie oft willst du, dass die Runde noch confirmt? Ich komme ja nicht mehr raus aus dem Haus. Nee, egal. Shigo, bist du nett? Ich bin nicht nett, aber... Indus sind trotzdem. Okay. So dünnig mal. Ich meine es ja. Shigo, ist voll nervös, wenn du ihn suchst. Wer ist da? Early... Äh, Krabs schießt auf Early Boy. Krabs ist jetzt... Dead Ringer. Einer ist eben Dead Ringer gewesen. Linke seid. Also nicht an unserem Haus, sondern auch. Ähm... Du schleicht mir hier rum, so komisch. Und Early hat auch einen getötet. Das war nicht der Dead Ringer, das war sofort ein Kill, glaube ich. Alle schleicht hier rum. Was? Sneaky, sneaky. Komm doch. Anne, guck mich böse an. Da vorne hat er eine Leiche. Mit den fetten Augenbrauen. Da, du? Ich weiß auf jeden Fall, dass zwei Traitor tot sind. Komm her! Echt? Komm her! Hast du da eine Leiche gesehen? Jaja, zwei Traitor sind tot. Und Early auch wieder? Ich habe einen Traitor erschossen und Early hat einen Traitor erschossen. Aber er lebt noch. Der Early. Early hat gerade eben Anne erschossen. Ich habe gerade einen Biegenschuss gehört. Anne, schon wieder? Dem war Anne, wenn da unten Leiche auftaucht. Wie gesagt, wir müssen eigentlich nur noch Anne erschießen, dann wäre die Runde zu Ende. Aber sie hat auch nichts gemacht. Ist da unfair. Ärgerlich, ne? Wo ist sie denn? Crash der Traitor? Das ist okay. Ja, wie gesagt. Anne, wenn du abdrückst, bist du Anne. Wenn ich abdrücke, dann habe ich was gemacht. Dann bist du Anne, vorher bist du keine Anne. Das ergibt Sinn. Oh, Julia ist hier. Horki. Horki. Julia Trin. Horki. Gleich steh. Oh, wenn mich jetzt jemand vom Dach schubsen würde. Das wäre ja tödlich. Das wäre. Super tödlich. Ich stehe jetzt am Rand. Oh, was mache ich jetzt? Oh, wie gern würde ich jetzt schlagen. Oh, da geht's ganz schön tief runter, Julia. Oh, Stigui, da geht's ganz schön tief runter. Weißt du das? Oh, Julia tot? Julia tot? Das kannst du nicht machen. Ey, doch. Julia ist... Nee, das ist Goro. Hä? Ah! Hä? 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 율i, Bal, geht ab! Ich dachte immer... Du sch sidedst gut mit der eagle, ey. Ach, man schießt eine auf Ôrli. Ok, Ann ist tot. Warum Ôrli? Wann habt ihr das nicht gesehen? Glaube, Anna, ist Lotto noch in Leben? Geh weg, Horchi. War das Shigo? Aua, Hilfe. Aua. Horchi lenke ihn noch ein bisschen ab. Aua, gut gaming. Aua, gut gaming. Geh da rein. Fang den ersten Schuss ab. Okay, tschüss. Sehr gut gemacht. Boah, reicht's aber mal, ey. Wie geil, Leute, wie geil, ey. Ich hab grad mein Schreibtisch zu hören. Au. Der war gut, der war echt. Alter, du blöde komisch, hab ich das gemacht. Tschau, Leute. Tschau. Tschau. Tschüss.